Und damit, liebe Leute, willkommen zurück zu Yoshi's Crafted World. Wir befinden uns hier im Ninja-Land und haben jetzt unsere tollen Aufgaben vor uns, dass er was sucht. Papierplampengeist. Bezeichnet des Geisterhauses. Da. Also bei den Schnuffeln. Nun gut. Dann schauen wir uns die Schnüffelchen an. So. Ne, den lassen wir jetzt aus. Fangen wir jetzt ein bisschen zu blöd. Und hier gehen wir durch. Eier nehmen wir auch mit. Halt, stopp. Ich hab ihn schon gefunden, glaub ich. Ach, was mach ich denn da? Ach nee, doch nicht. Das ist doch nicht der Lampengeist. Das ist er auch nicht. Hier darf man wirklich ein bisschen suchen. Oh. Wo könnte er sein? Okay, wir suchen im blauen Im blauen Lampengeist suchen wir Wo könnte der blaue Lampengeist sein? Hm So, dein Hintergrund ist eine Und da oben Ist auch nix, ne Unten waren wir schon Da ist ein blauer Da ist ein blauer Der zählt aber nicht, oder? Doch, der zählt? Okay Ähm, ja Das hat mich jetzt ein bisschen gewundert Die hat man gar nicht erkannt Die haben sie von der Seite gemacht Auch von hinten oder so Das ist fies, das kann man doch gar nicht wissen Noch eine bitte Fünf Helme Ah, die hatte ich doch gesehen Im Schloss Vorderseite, genau Ja, da sieht man auch schon einen Auf dem Thumbnail Von dem her Hm, okay Herr von Samurais Schloss Ich hoffe, den Samurais selber Müssen wir nicht besiegen Aber ich glaube eigentlich fast nicht So, hier geht's hoch Na, komm nach oben Nein, da ist auch nix Erster Treffer So Wir müssen nach oben Weil da noch was sein könnte Aber da ist nix So Hier fliegen wir gekonnt rüber Hier warten wir kurz Da ist der nächste Jawoll Dich nehmen wir auch noch schnell mit Hier ist nix So Und hier hoch Hier oben Da ist einer Na komm Und runter Jawoll So Hier lang Schlüssel holen Hier hoch Und hier Zwei R zurück Die wir benötigen Nö, brauchen wir nicht Au Okay Okay, den haben wir auch Jetzt geht der hoch Ach Quatsch Was mache ich denn Muss der ja lang Muss der ja einmal durch Und dann Kann ich wieder hoch Und wieder runter So was So Na komm Und So Danke So Ach da Da haben wir sie alle Jawoll Fünf von fünf Geschafft Der war aber auch gut zu übersehen Der war echt fies versteckt Aber Wir haben es geschafft Bin ich ganz stolz Kann mir auf die Schulter klopfen Was müssen wir als nächstes Irgendeine Rückseite wieder Ich glaube mal hier Halt, warte War es hier Ja Ein Kunstgewerk Ein Bonserbaum Hinter dem Soji Ich will das essen In Mario Brothers Darf man das auch essen Wer sagt, dass ich dich will Gut ist ein kostenloses Ei Zum Werfen Nee, du bist kein Bonserbaum Ich brauche das später Boah Hey, das war knapp Hihi So Einen haben wir gefunden Die sind aber verdammt klein Na Ich bin Ich bin ich will ich nicht das laba laba rhabarber sylz und zava fünf goldene shurikens ja doch da haben wir für euch jetzt die fünf goldene shuriken warum soll ich wurfsterne genommen haben oder ninja wurfsterne das nicht schuriken nehmen und das meyer müssen nehmen wir auch mit da darf ich nicht lang das ist mir bewusst aber jetzt habe ich doch mal von anderen seiten es wahrgenommen da ist nichts weiter und wir nehmen die herzen mit einmal hier rüber ok da kommen wir nicht lang wir brauchen fünf stück brauchen wir hier sehe ich auch keinen hintergrund da sehe ich nur das immer auch gesammelt ich habe ich zwei von fünf ich habe alles brauche ich den wenden muss ich nicht da könnte zwar auch einer sein aber egal erstmal nicht davon aus dass da einer ist hier ist keiner hier auch nicht hier auch nicht ok gut gehen wir jetzt hier runter da ist auch keiner ich finde es immer so ganz ich bin immer so ganz skeptisch wenn ich sehe da ist keiner hinter ist nur eine blume hinter ist das wir gehen hier hin ah da ist die vier von fünf einer fehlt uns noch wo ist der letzte so im vordergrund nicht im hintergrund nicht da ist er damit haben wir sie alle yes dann würde ich sagen war es das schon wieder mit dem part ich bedanke mich ganz herzlich sage bis zum nächsten mal und ich bin euer tro haut rein tschüss tschüss und hat d w d d c d